Die Königin wird nächste Woche nicht an der Enthüllung einer neuen Prinzessin Diana-Statue im Kensington Palace teilnehmen, da sie in Schottland sein wird. Prinz Harry fliegt zu diesem Anlass aus Kalifornien ein, trotz der Spannungen mit der weiteren königlichen Familie. William wird auch an der Enthüllung teilnehmen, die am Donnerstag 1. Juli stattfindet. Die Monarchin wird jedoch ihre Reise nach Schottland abschließen, die darauf abzielt, die Innovation und Kultur des Landes zu fördern. Während ihres Besuchs wird sie im Palace of Holyrood House in Edinburgh übernachten. Punkt. Die Queen wird Wohltätigkeitsorganisationen und Unternehmen in der schottischen Hauptstadt Glasgow und Stirling besuchen. Prinz Charles wird auch in Schottland sein. Wenn Harry wieder auf britischem Boden ankommt, Harry und William haben sich seit der Beerdigung von Prinz Philip im April nicht mehr getroffen, als sie nach dem Gottesdienst auf Schloss Windsor miteinander gesprochen hatten. Die Beziehungen zwischen den Sus-Axes und Top Royals verschlechterten sich im März stark, als das Paar der US-Talkshow-Legende Oprah Winfrey ein brisantes Interview gab. Punkt. Megan behauptete, es habe vor seiner Geburt im Jahr 2019 innerhalb der Familie Bedenken und Gespräche über Archies Hautton gegeben. Die Herzogin behauptete auch, dass sie Schwierigkeiten hatte, innerhalb des königlichen Systems Unterstützung für die psychische Gesundheit zu erhalten. Die Enthüllung der Statue von Diana findet an ihrem 50. Geburtstag statt. Das Denkmal befindet sich im versunkenen Garten des Kensington Palace. Megan wird in Kalifornien bleiben und sich um ihre Tochter Lilibet Diana kümmern. Die Anfang dieses Monats geboren wurde. Punkt. Im Gespräch mit dem Daily Mirror sagte ein königlicher Insider, die Herzogin von Cambridge plane eine Teilnahme. Sie sagten, die Herzogin hat gesehen, wie sich dieses Projekt von der Konzeption bis zum fertigen Artikel entwickelt hat und möchte zweifellos da sein, um ihren Ehemann zu unterstützen. Zwischen den Cambridges und Harry wird es ohne Zweifelspannungen geben. Aber sie alle erkennen an, dass sie trotz der offensichtlichen und tief verwurzelten Probleme zwischen ihnen wollen, dass der Tag ausschließlich um das bleibende Erbe der Prinzessin von Wales geht. Die Königin wird in Schottland am Montag von Prinz William und am Mittwoch von Prinzessin Anne begleitet. Zahlen, die mit dem Jahresabschluss der Königin veröffentlicht wurden, zeigten, dass Charles den Sussexes bis zum Sommer 2020 weiterhin eine erhebliche Summe zahlte.